Außerdem hat Dad mich dazu überredet, zu der Party zu gehen. Ach, hat er das, ja? Verdammte Scheiße, was war das? Ich weiß nicht, jemand muss Mist gebaut haben. Du musst mit Meg über Alkoholmissbrauch reden. Was? Warum ich? Na, weil du ihr gesagt hast, sie soll auf diese Partys gehen. Na schön, bitte. Damit muss man wohl einfach irgendwie umgehen, wie mit der Spülung einer Hochdruck-Toilette.